Musik 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 So, jetzt wollte ich gerade nochmal tweeten, was schreibe ich? TWUTSCH.TV Wir sind immer noch live Ja, dann kommen wir jetzt mal ein richtiges Schiff nehmen, ne? Und nicht als Spielzeugbötchen Punkt TW Freiboot Ja So, da haben wir's Also, ich hätt's bei der Schaluppe geil gefunden quasi, wenn du die Farbe des Segel änderst, dass du quasi auch gleichzeitig die Farbe von dem komischen Fließdach da änderst da Über der Karte Dass du das Farbliche auch ändern könntest Ach so, stimmt, das wäre auch nice Ja Schreib doch mal an, äh Microsoft Weil es jetzt auch der Schlapsos dabei, den wir vorhin spontan kennengelernt haben Ja, wo kam denn der überhaupt her? Der war auf einmal da Ja, das muss er erzählen Ähm, ich pack mich nochmal eben voll Ist er noch da? Schlapsos Ja Ich beame mich nicht rum Ich beame mich nicht rum Vor allem beamen Wenn du hier bei Star Trek oder was? Ja, hi Megavolt Was machst du denn hier? Flieger gelandet Ich hab mal wieder für blutgetränkte Segel gesorgt Support Hä? Danke Ah Danke für den Vorlauf Äh So So, dann gehen wir ein paar Fässer plündern Okay Sollen wir noch Munition und Bananen haben und so weiter Sollen wir erstmal ordentlich vollpacken oder was? Ja, würde ich sagen Ja, zumindest Alter, hier ist ja alles leer Ja, gerne, mach mal Megavolt Viel Spaß Gehörst nun zur Familie Folge ich dir eigentlich schon? Ich bin dir doch gefolgt, oder? Sonst muss ich das noch nachholen Noch kann Mega im Spiel mit einsteigen, ne? Weiß ich nicht, spielt Megavolt Sea of Seas Noch kann er zu beitreten Ich bin gerade total verwirrt Hier, Galeone Und So Ja, auf Twitter folge ich dir definitiv, das weiß ich auch, ja Drei Kanonenkugeln fehlen mir noch, dann bin ich schon wieder voll Voll toll Aber ich glaube auch auf Twitch, ich bin mir jetzt nicht sicher So Einmal dann trümpeln Ähm Wo waren denn da, so waren die Bananen So Und nochmal Auf der Insel Ja Ach Mein Gott, ey Bist du genau in mich reingesprungen, ne? Ja, das Problem mit der PC leckt einfach Ah Ich werde meine Konsole auch mal lecken, ey Ah 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 Leer, 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 leer Leer Der Andrzej hat schon wieder alles leer gesaugt hier Ne, der war nicht alleine Ich saug, ich saug doch gar nicht Ja, ja Ja, ja Ich warte drauf, dass einer leckt hier bei mir Mir, mir geht's immer gut Kann nicht besser klagen Ja Und selbst Und selbst Schießt da, na? Alter hab ich mich jetzt erschrocken, ey Gut, ne? Ich glaub, da hat sich ja auf die Insel geballert, ne? Ja Hab ich jetzt auch verstanden Ich mein, das wär jetzt gewesen, wenn wir packen grad unser Schiff voll und dann kommt irgendein Idiot vorbeigesegelt und versenkt das Ding dreck Ja Nichts ist unmöglich Ja, ich weiß So, äh Ich glaub, hier haben wir jetzt erstmal alle Fässer leergeräumt, wa? Kann das? Äh, ja, nö, nicht alle Aber ich bin Aber hier liegen wir zum Teil noch ein paar Bretter auf der Insel rum Ne, doch nicht Ich hab grade vier Fässer mit nur Holzbretter gefunden Super Ja komm, ich glaube wir können, wir können erstmal los, glaub ich Gib ja unterwegs auch noch Ich hab noch ein paar Fässer gefunden Leer Holz Super Holz Ich und mein Holz Ja Ah Jetzt sag nicht Ja, war jetzt wieder klar Was denn? Schlapsus hat die Ja, Schlapsus hat die Fässer vor meiner Nase leergeräumt Ja, schlapsus hat die Fässer vor meiner Nase leergeräumt Weißt du, hier rennt sie Kilometer weit für ein paar Fässer und hat sie leergeräumt Aber was haben wir denn? 36, 24 und 15, ich glaube das reicht erstmal Ja, für eine Schaluppe versenken reicht das Ja, oder für einen Kragen oder einen Megalodon Der liegt ja immer dran, wie er schießt, wa? Also hier hinten sind nur noch ein paar Bretter Ja, ja, lau wir haben das mal Wir gucken ja quasi, wenn wir auf einer Insel drauf sind, dass wir leer drauf gehen und voll wieder zurück an Bord kommen Na, wenn ich da mal dran... Kein Problem, wenn ich da rumfinde Ich hab mal was auf den Tisch gelegt Ja, ähm Ihr dürft gerne mit am Rad drehen Ich bin dabei, ich dreh immer am Rad Weißt doch, nur gemeinsam sind wir stark So... Äh, sag mal, ist der schlapsus eigentlich... Sefort vorschlagen, wieso vorschlagen... Was denn ich? Bist du schon auf dem Schiff? Ja... Ach da, okay, alles klar Äh, ich mein nur, der Andrzej fährt auch schon mal gerne alleine los, deswegen... Jo, auch nicht so schlimm, da nehm ich Mr. Triton Mr. Triton, ja Mr. Triton, ja Ja, Dominic, dein Pfad Und jetzt ist Mr. Triton irgendwie immer weiblich Auf Plunder Valley, welch schöner Ort, versteckte sich einst... Versteckte ich einst meine Frau, okay Sag dem Daddy mal, wo er lang muss Daddy... äh, geradeaus Ja, kriegen wir hin Okay Gut Super 5 Euro Äh, schlapsus, ihr zwei seid definitiv für die vorderen Segel zuständig und für den Anker Ja Das hintere Segel stell ich mir zwischendurch bei Äh, je nach Laune Und achte bitte drauf, dass die vorderen Segel nicht komplett runter sind, weil sonst seh ich nix mehr, fahr ich blind Ähm, musst du dann aber auch Bescheid sagen, wenn das so ist, ne? Ja, ich melde mich dann Äh, Dominic, äh, die Insel vor uns ist das noch nicht die Insel, war? Die kann ich umschippern Äh, ne, warte, ich glaube das ist Plunder Valley Äh, das scheint die sein, ja Das möchte ich Ja, das ist Plunder Valley Ich habe aber noch keine verfluchten, äh, Segler gesehen hier, ne? Ne, ich auch noch nicht Was? Ja, es gibt auch so ein neues Update, dass die Sklette mittlerweile quasi auch auf die, auf die Meere, die Meere, äh, so Ja, das kommt aber erst am 1.30. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, aber es gab ein Update gestern und die haben gesagt, dass das released wurde Die neuen Sachen sind gefügt worden, aber noch nicht aktiviert Ah, okay Das machen sie beim Großen, äh, ich denke mal die fügen das nach und nach mit kleinen Sachen ein, sonst hast du so ein riesen Update, weißt du? Na ja, solche Dinge haben sie eigentlich immer auf einmal Ihr zwei Kadetten, könnt ihr die vorderen Segel beide schon mal hochholen? Ja, aber sicher dann Äh, hier, Skeletonsbrowns und so haben sie auch komplett Und zwischendurch halt immer kleinere für Baktikwissen, klar Okay, sind beide oben Alles klar, danke Kann schon mal einer an den Anker gehen, wenn er möchte Und auf mein Kommando runterlassen Oh Gott, kaum Grafik, lass nach Wie siehst du eigentlich aus hier? Schick Welches Tier muss denn dafür sterben? Äh, Megalodon Ah, okay, ja gut, dann geht's ja Sooo Ach, Texturen haben nachgeladen, wahnsinn Äh Wow Jaaa Äh, Anker Kommt Alles klar Ich mach das Loch mal direkt zu Äh, so, ähm Ach, ich hab schon wieder die Schrotzer Ja Ich auch, deswegen wechsle ich gerade Betzen Finde die Trompeter im Schatten des Gipfels gen Westen Und versammle die ganze Meute Grab zehn Schritte gen Süd-Südwesten und du findest reiche Beute So, im Schatten des Gipfels gen Westen Westen So, ich hör hier gerade irgendwo ne Nixe Dominic, acht, hörst du mal auf die Melodie auf den Hintergrund? Hörst du das? Das Geheule? Ganz, ganz leise Ja, und das ist ne Nixe, je näher du der Nixe kommst, desto lauter wird das Geheule Wenn du zu nah kommst, tut's weh Ja, dann heulst du Top Top Also, quasi irgendwo hier in der Nähe von unserem Boot müsste die jetzt theoretisch gesehen sein Ich geh mal auf Suche Ja, mach mal Ich such die komischen Trompeter Ja, wenn's ne rote ist, sage ich Bescheid, dann bräuch ich mir nur Hilfe Ne, ist ne blaue, alles klar, krieg ich alleine Die machen wir aus Entfernung mit der Snipper weg, dann ist gut Die Trompete im Schatten des Gipfels gen Westen Ähm, war das eigentlich mit dir? Hast du schon diese komischen Jungfrauen da, mehr Jungfrauen gekillt? Ähm, warte Was denn? Ähm, 32 von 100 hab ich Ah, okay Sehr gut Tuch, was leuchtet denn da grünisch? Äh, am Strand oder was? Kann eine Meerjungfrau sein Ja, oder ein garstiger Kopfgeldschädel Ja, den nehmen wir mal mit Ja, seh ich auch so Pack mal ein Ich höre Ich höre Hm, da folgt mir der Megavolt Cool, ah, ich bin jetzt auch da Na klar Okay Auch an Bord, super Jo Und das erste, was ich jetzt mal mache, ist die Waffe wechseln Ich kann, ey Ich kann mit der Schrotze nicht arbeiten Ohne Witz Sniper hat bei mir bisher immer noch am besten funktioniert Selbst auf Nahkampf Jo Ja, einfach nicht in den Zoom reingehen, ne? Nö, auch mit Zoom Ja? Jo Immer noch besser als die Schrotzer Okay Ähm, müssen wir hier jetzt noch irgendwas? Nö, wir haben Nein Schatz haben wir, Schädel haben wir Alles klar, also nächste Karte So, liegt am Tisch Und auch Sklette killen Jo Hab abgestimmt Okay, ich glaube jetzt ist mein Monitor noch dunkler Dachte ich, ich drehe mal den Kontrast runter, damit das einfach nur Helligkeit ist Jetzt seh ich noch weniger Crescent Isle Crescent Isle Ach, nur einen? Okay Ab so Okay, wir müssen Nordwesten Höher, 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 höher Nord Ja, gut reicht Nordwesten, sagt er Ja Einmal drüber denken Also die Segel könnte von der Höhe her jetzt so stehen bleiben, ist okay Auf die Marken Ja Okay, äh Warte mal, Monitor So, jetzt stehen wir Nordwesten Warte mal, Möchtung Warte mal, Möchtung Warte mal, Möchtung Auf die Hände Aber sind verdammt. Bin ich Schiffe unterwegs, oder? Nein, die verteilen sich. Die meisten sind im Moment einfach nur am Wade hoppen. Am what? Na, von Server zu Server am Springen und nach Wades am Suchen und mit Blick auf die Uhr sind es auch nicht mehr viele. Okay. Wir haben ein Uhr. Ja, gut. Ich könnte überhaupt mal eben wieder meinen Hund reinholen, ne? Äh, ich glaube, das ist vor Tigers, du gerade rum. Um, ausguck. Ja, wolltest du mir eben mal runterkommen und Ruhe übernehmen? Ja. Dann kann ich mir eben meinen Hund reinholen. So, ja, ich bin schneller aufgestiegen als er. Ups. Das hat verläuft. Alles klar. Ah. Sofern er auch rein möchte, meinen Schauen. Hm. Das Mod Reston ist groß, ne? Ja. Oh, ist richtig so, geradeaus. So, mal gucken. Vielleicht sehe ich jetzt mal ein bisschen mehr. Ja. 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 Lagunas auf dem Wurstbrot. Ja. 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 Das war's für heute. Musik Musik